Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Es ist Samstag, das Wochenende ist da. Heute ist der 27. April 2024 und temperaturmäßig geht es bergauf. Ich habe schon die zweite Waschmaschine am Wickel. Die erste Wäsche, Bettwäsche, hinter mir sieht man vielleicht, dass sich da zumindest an der Bettdecke was geändert hat. Der Bezug auch und das Kissen auch. Und das alte habe ich jetzt gleich in die Waschmaschine geschmissen und das hängt schon auf dem Balkon und leuchtet hell in der Sonne. Das war ja irgendwie so ein Beige-Farben. Und die Temperaturen sind merklich warm. Es sind schon 17 Grad. Es werden heute bis zu 19 Grad. Morgen gehen wir auf 23 und nächste Woche sind wir dann bei 25 Grad. Eigentlich durchgehend von Dienstag bis Freitag. Ja, was gibt es zu erzählen? Das Wochenende ist da. Ich habe mein Sportprogramm gemacht. Wie gesagt, ein bisschen Haushalt habe ich auch schon erledigt. Ich werde jetzt etwas Kleines frühstücken. Und dann gehen wir heute weiter bei God of War. Da spielen wir heute mal gucken. Die Hauptquests weiter, glaube ich. Nachdem wir das letzte Mal zusammen mit dem Schweinehund einen Verbündeten gesucht haben, werden wir dann heute mal gucken. Ich glaube, wir sind jetzt bei der Maske. Die Maske zu unveilen, was auch immer das bedeutet. Also enttarnen. Ne, was ist ein unveil? Unwale? Ist es unreal oder unveil? Ich weiß es nicht. Unwailing Deutsch. Enthüllen. Ah, ja gut, hätte man darauf kommen können. Ja, schauen wir mal. Drei Stunden haben wir. Vielleicht machen wir ein bisschen länger. Mal gucken, wie uns ist, wie mir ist und wie euch ist. Wobei, bei dem Wetter werden wahrscheinlich einige heute draußen an der frischen Luft sich vergnügen. Was ja durchaus nachvollziehbar ist. Oder wäre. Gut, ich werde mir jetzt ein Brötchen machen mit Marmelade drauf. Erdbeermarmelade von Karls. Ich gucke nebenbei hier Hungek, einen Donutmaker aus den USA. Der schafft gerade Teig aus so einer Teigschüssel raus. Also so ein Riesenbottich. Und die machen da irgendwie Donuts und was weiß ich alles, Backwaren. Ja, und das ist, glaube ich, die perfekte Unterhaltung zum Frühstück. Also dann, ich wünsche euch was. Habt ein schönes Wochenende, habt einen schönen Samstag. Kommt gut durch den Tag. Vielleicht sehen wir uns im Stream. Und ansonsten bestimmt morgen beim nächsten täglichen Vlog. Also, bis dann. Tschüss.